Hallo meine lieben Freunde Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hight and Sieg wie ihr es wolltet mit Tobi natürlich hallo Hi Leute ich bin der Tobi von 18 komm aus dem schönen Bayern da wo andere Urlaub machen da lebe ich Leute Das ist meine Heimat, da wohne ich Alles klar Heute Leute im Fußballstadion Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt umfassbare 1600 Likes geschafft, wir machen es jetzt so Weil ihr 2000 Däumchen nach oben schafft, dann gibt es eine Special-Folge das nächste Mal mit ganz ganz vielen Leuten Leute, das heißt nicht nur 1 gegen 1, sondern mit ganz ganz vielen Leuten Also Daumen hoch, so Ich habe noch den Simpsons-Skin drin, wegen dem Video was heute Nachmittag kam, könnt ihr gerne nochmal reinballern Tobi, bist du schon versteckt? Ich bin versteckt, ja Gut, ich teste mal kurz, weil ich habe mir hier eine neue Sniper reingemacht Was die so kann Die kann da, uh, was? Äh, ups Was ist da explodiert? What the fuck? Was? Okay, ich nehme doch mal die andere Sniper Ja, bin ein bisschen unfair, glaube ich Hä? Hast du Explosive Bullet dazu? Ich glaube, die Sniper ist einfach so What the fuck, ich dachte schon, ja geil ich habe das Pferd getötet, auf einmal fliegt das ganze Ding in die Luft Geil, super, hast du mal wieder gekauft So, ich komme Okay Zack Ja Oh, ich höre einen Monster Also ich meine, ich habe ein sehr auffälliges Versteck Du hast ein auffälliges Versteck? Ja Okay Leute, wir befinden uns hier im Fußballstadion Und ich bin mir nicht sicher, doch ich bin mir sicher, ich weiß sogar von welcher Mannschaft das Fußballstadion ist Das ist von Barcelona Nein, von Kaiserslautern, weil ich bin einfach Fußballexperte Das sieht man direkt So Mo, jetzt mal no joke Siehst du mich? Was ist das auffälligste? Ja, du läufst gerade beim Tor von den Gegnern Okay, wenn du das auffälligste Versteck der Welt hast, dann glaube ich Also Mo, no joke Sehr ruhig Mo, bist du schlecht? Sehr bitte kurz, lass mich, lass mich, lass mich Mo, du bist schlecht Auf der Auswechselbank Nein, da bin ich nicht Ich dachte, ich hätte mir erst gedacht, so auf dem Tor, aber Mo Mo, geh vom Tor weg, komm mal in die Mitte des Feldes Hör auf, mir alles vorzusagen, nein Mo, stell dich mal in die Mitte des Feldes Ja Jetzt gehst du dich um 60 Grad nach rechts Mo, 60 Das war doch 60 Grad Nein Ja, dann so Ja, nochmal Du bist nämlich gerade anders gestanden So, was steht vor dir? Da, Dings Äh, M-C-I-V Nein, was steht auf dem Spielfeld? Hä? Mo, guck dir an, was auf dem Spielfeld liegt, es neben dir steht Halt dein Maul erst ab! Bruder Bruder Ich kann es doch nicht mal abbauen Es gibt eine Möglichkeit, wie du hierher kommst Ja Du kannst den Boden abbauen, den habe ich nicht präpariert Bruder Nein Warum? Mo, ich bin da nicht Ich habe bloß gesagt, dass da was steht Sonst würde ich dich ja nicht mal sehen Du bist so ein Hurensohn Gut, da warst du an der falschen Kette Ich habe immer noch ein krasses Verstehen Du bist so ein Hurensohn Aber warte mal, wenn du mich siehst, du musst hier irgendwo sein Ja, ich sehe dich gerade wieder beim Ding Jetzt guckst du genau in meine Richtung Guck mal, Mo, guck mal nach rechts ein bisschen 45 Grad Ja, guck ich Noch mal ein bisschen Jetzt, guck mal, siehst du mich? Ich sehe dich nicht Hä, wo denn, Alter? Wo denn? Du hast dich gesehen Ich habe dich nicht gesehen Doch Oh Das war knapp, mein Freund Der war knappi Der Mo, komm Ich hab jetzt mal schön ab hier Ja Mo, komm jetzt nicht hoch Ich bin nicht hochgekommen Nein Als ob, als ob, als ob Halt dein Maul, ich töne dich jetzt Meine Güte, Alter Erst verast du mich Ich dachte halt wirklich, du bist da drin Hä, wie hätte ich dich sonst sehen sollen Du kleiner Gawaii Du kleiner Depp Du kleiner Hier, ich werf dir mal alle Waffen hin Die es auf der Vault gibt Ich werde dir natürlich wieder ausmachen Und man ihn kennst, oder? So Ähm Dann gehe ich mal Mich klein machen Ich gehe dich mal verstecken Und klein machen Ich mache mich mal groß, ja Weil sonst ist er fies Mach das mal Aber du musst sagen Mein Trick war schon gut, ne? Ja, ja Jetzt habe ich jetzt meinen linken Arm So groß gemacht Weiß nicht Naja Ist deine Sache Ja, was hast du für Waffen dabei? Ja Also wie gesagt, Leute Bei 2000 Däumchen nach oben Gibt es eine Special 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 Folge Könnt ihr euch drauf freuen? Oh yeah Oh yeah Ne, ich gucke auf den Boden Und lade meine Waffen nach Jetzt habe ich F5 an So Yo, Alter Ich sehe richtig gefährlich aus Oh ja Oh ja Warte Oh ja Ich sehe Hey, was ist das hier hinten? Warte, warte, warte Hä? 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 Bist du fertig? Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht Noch nicht Noch nicht Ich gebe dir jetzt noch 10 Sekunden Nein 10 10 9 An 7 An 10 5 5 Versteckt 4 0 Okay, Mo Hab ich schlau kombiniert, ne? Siehst du mich eigentlich? Ich seh dich, ja. Du läufst oben auf der Tribüne rum. Oben? Ja. Das heißt, du bist unten. Nö, ich bin auch oben. Mo. Ja. Au! Pass mal auf, Mo. Als ob du mich getroffen hast. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, Mo, was du bist. Was denn? Ich werd jedes Tier hier anschließen, Mo. Du denkst, ich bin ein Tier? Ich werde dieses Tier jetzt töten hier. Denkst du wirklich, ich bin ein Tier? Ja, ich denk, du bist ein Tier. Finde ich aber nicht. Oh, da hat er die Kühe getötet. Oh, da tötet er alle Tiere. Da tötet er jetzt noch die Schweine. Aber ein Schwein wäre jetzt schon längst weggerannt, wenn ich's wär. Und jetzt hört er doch das Pferd. Bin ich das Pferd? Ich bin das Pferd? Nichts. Nein, du bist nicht das Pferd. Pass auf. Mo bist du. Gib mir einen Tipp. Tor für Deutschland! Mo, hier gibt's kein Tor für Deutschland. Ah! Oh! Deutsch. Deutsch. Also den Schuss hättest du sehen müssen. Ja, der war ja nicht schwer. Ja, ich hab mich ja nicht bewegt. Das war Quickscope. Das war ein Quickscope. Halt dein Maul. Junge, ich hab mich... Der war zu gut, der Tipp, oder? Warte mal. Was? Was piepst hier so? Du piepst bei mir. Du piepst, Alter. Nee, du hast grad... Ja, gib her. Waffe her. Waffe her. Zehn Sekunden. Ja, dann kannst du mal... Nein, was? Ich muss sagen, dafür, dass es eigentlich ein Scheißversteck war, war es richtig gut. Du hast es nicht voll lange gebraucht, ey. Äh... Jetzt noch Essen, bitteschön, mein Freund. Zehn. Neun. Warte. Warte, ich muss mich noch kleiner machen. Acht. Sieben. Meine Facecam geht gleich aus, Leute! Ja. Wuuu. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ich hab mich verlaufen. Ich komme. Holy, holy, holy. Ich hab mich echt verlaufen. Holy moly. Mo, wo bist du? Wo bist du? Mo, bitte. Komm, gib mir den Tipp, weil ich weiß grad echt nicht, wie du bist. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Mo. Ah, ich seh dich. Wo bin ich? Nein. Mo, ich hab echt... Mo? Wo bist du? Wo bist du? Wo bin ich denn? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Mo bin ich denn? Ha, verstehst du? Weil, Mo... Wo... Versteh ich nicht. Gut, dann, äh... Ne, halt, äh... Hörst mal aufzuschießen und sag mir, wo du bist. Ich weiß nicht, wo du bist. Mo, aber du sollst nur sagen, wo du bist, weil ich hab grad voll Angst, weil ich hab dich verloren. Und ich werde dich die ganze Zeit nur rumschießen hier in der Nähe. Oh, oh, du bist bei der Tribüne. Oh nein. Da hab ich was gehört. Danke, dass du mir in die Arme läufst. Du warst auch da oben, oder? Oh Mann, ja. Ich war da oben ein bisschen drunter gehüpft. Gehüpft. Meine Güte. Hier ist noch Ammo. Ich mach jetzt auch kleinen Ducher. Ja, mach doch. Ja, mach ich jetzt auch. Mach doch. Mach ich jetzt auch. Ja, mach doch. Nein, das ist eigentlich dumm. Oh. Weil dann, weil ich dann weniger sehe, weil ich ja nicht mehr so groß bin. Ähm. Okay. Gut. Dann die Sniper, die AK, alles gut, ja. Gut, ich bin versteckt. Hast du grad dich auch schon versteckt? Ja, ja. Mo, ich seh dich hier jetzt schon. Nee. Hast mich nicht gesehen, sonst hättest du mich direkt gesehen jetzt grad hier. Jo, hier gibt's so krasse Verstecke. Hier gibt's so krasse Verstecke. Mo, bist du... Oh, da ist auf dem Fußballfeld. Michael Ballack mit der Nummer. Geht wieder in den Spielertunnel. Nee, er geht. Nee, er geht nicht. Er geht auf die Tribüne. Er geht auf die Tribüne. Jetzt geht er wieder aufs Spielfeld. Er ist... Mo. Mann. Er ist in der Nähe eines Pferdes. Und... Uh, jetzt ist er im Loch. Guck mal, guck mal. Ähm. Guck mal, ähm. Ja. Wo soll ich hingucken? Mo. Was? Ich hab voll die komischen Farben, wenn ich schieße. Du bist mal grad so knapp, du. Wo bist du? Aha. Du bist auf dem Fußballfeld. Warte, pass auf. Guck. Geh mal, geh mal ins Mittelfeld. Ins Mittelfeld. Im Mittelpunkt. Im Mittelfeld, ja. Genau. Jetzt guckst du zur Eckfahne. Und zwar zur... Der, genau, der. Nee. Es gibt keine... Ja? Ja, da guckst hin. So, jetzt guck einfach zu der Eckfahne. Hä, ja, und jetzt? Hast du nicht gesehen? Hä, nein. Ja, du sollst nicht scopen. Du sollst einfach so gucken. Okay, okay, ja. Hä, ich seh dich nicht. Hä? Guck, ich schon zur richtigen. Ja, Junge. Äh. Bin ich grad echt zu schlecht. Ja, guck mal ein bisschen weiter rechts da. Ein bisschen weiter rechts. Ja. Hä, ich seh dich nicht. Hä, bist du dumm? Hier oder was? Irgendwo. Ja. Jetzt guck nochmal dahin. Guck nochmal dahin. Mo, du verarschst mich. Hä, siehst du nichts? Nein, ich seh dich nicht. Ich werf doch da Sachen hin. Wo wirfst du da Sachen hin? Ach, hier liegen Sachen. Die hab ich nicht gesehen. So, jetzt läufst du weg, ne? Jetzt läufst du hier. Du kleiner... Ah! Alter, ich hab dich wieder fett ge- Ach, du kleiner Huanzen. Nein. Äh, sit in hell. Labbadudu. Meine lieben Freunde, die 10 Minuten sind erreicht. Nein, Spaß. Ähm, wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch. Wie gesagt, bei 2000 Daumen stehen da oben, gibt's ne Special, 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 Special Folge. Special. Vielleicht mit Tobi, vielleicht auch ohne Tobi, ich weiß noch nicht. Oh ja. Und mein Kamera-Agu hat gehalten. Ich bin, ich bin froh. Agu, dein Agu. Agu. Ciao. Agu. Bei Tobi ist vorbei, lasst Daumen hoch nach..., tschüs! 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 ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.